Mochte Zeus auch auf der Erde seinen Abenteuern nachjagen, im Olymp herrschte eine einzige Göttin, Hera, seine Gattin. Wenn sie eintrat, erhoben sich alle Götter von ihren Plätzen und grüßten sie ehrerbietig. Geriet Hera in Zorn, so bebte der ganze Olymp, denn sie konnte wie Zeus selbst den Elementen gebieten. Über die Hochzeit des Zeus und der Hera wurde noch lange auf dem Olymp erzählt. Es war die prächtigste, die der Olymp jemals sah. Götter und Halbgötter, ja sogar Genien und Nymphen, von denen es eine Unzahl auf der Erde und im Wasser gab, waren eingeladen worden. Alle brachten sie dem Paar kostbare Geschenke dar. Nur die Nymphe Chelone wollte nicht kommen. Ihr Platz an der Tafel blieb leer. Zeus befahl dem Hermes, sofort hinzugehen und die Nymphe zu holen. Sie aber kam auch auf diese Aufforderung hin nicht, sondern spottete über das Brautpaar. Zeus, wie viele Bräute wird der noch haben, soll die Nymphe gesagt haben. Da bleibe ich lieber zu Hause. Zeus geriet in Zorn, als er die Antwort vernahm, und Hera runzelte die Stirn. Da sprach der Herrscher zu seinen Gästen, Zur Strafe soll Chelone auf der Stelle die Sprache verlieren, die sie ja sowieso nur dazu gebrauchte, unbedachte, freche Reden über mich zu führen. Ihr Haus soll ihr am Rücken fest wachsen, auf das sie es ewig mit sich trage. Sie selbst aber soll zu einer Kröte werden, zur Schildkröte. So soll es geschehen. Wir anderen aber wollen weiter feiern. Bei diesen Worten gewann Hera ihre gute Laune wieder, und die Hochzeit nahm einen guten Verlauf. Die Nymphe Chelone aber verwandelte sich in eine Schildkröte, die ihr Haus auf dem Rücken trug. Nachdem die Festtafel aufgehoben war, begaben sich alle Gäste zu dem Palast, den die Göttin Hera im Olymp bewohnen sollte. An diesem Tag erlaubte der Herrscher Zeus seiner Gattin Hera, vor ihm herzuschreiten, und so schritt sie an der Spitze des Festzuges, das Zepter in der rechten. Ihr folgte Zeus, der in der linken das Zepter trug, und in der rechten das Bündelblenden der Blitze, das Zeichen seiner Herrschermacht. Heras Zepter war von einem winzigen Kuckuck gekrönt. Dies nicht allein deswegen, weil dieser Vogel der Welt den lang erwarteten Frühling verkündet, sondern auch noch aus einem anderen Grunde. Zeus gewann nämlich auch Hera durch eine List zum Weibe, selbst sie, eine Göttin. An einem kalten Wintertage verwandelte er sich einst in einen Kuckuck und näherte sich kläglich rufend und vor Frost zitternd der Hera. Die bedauerte den frierenden Kuckuck und barg ihn rasch unter ihrem Kleid. Da nahm Zeus wieder seine wahre Gestalt an und forderte sie zur Frau. Hera willigte schließlich ein. Als Morgengabe schenkte ihr Zeus die Quelle Kanathos in Nauplea. Hier kommt die Göttin einmal in jedem Jahr her, um in dem klaren Wasser zu baden. Durch dieses Bad gewinnt sie jedes Mal neue Schönheit. Nach dem Bade salbt sie ihren schönen weißen Leib mit einer betörend duftenden Essenz, die beim geringsten Windhauch Duftwolken über die ganze Erde verbreitet. Dann türmt sie das lange Seidenhaar über ihrer Stirn auf und kleidet sich in ein kostbares Gewand, das ihr die geschickteste Weberin unter den Göttinnen Pallas Athene gewebt hat. Vorn an der Brust hält eine Spange aus reinstem Gold den Stoff zusammen. Dann schmückt sie sich die Ohren mit kostbaren, von Hephaestos gearbeiteten Ohrringen. Um die Schultern aber wirft sich die Göttin einen Schleier, der heller als die Sonne am Mittag glänzt. Als Zeus sie einmal so in all ihrer Schönheit erblickte, stand er wie versteinert und sagte, von heftiger Leidenschaft ergriffen, »Noch niemals war mein Herz so voller Liebe zu irgendeinem Mädchen oder einer Frau, es sei eine Göttin, Nymphe oder Sterbliche, wie heute zu dir.« Hera gedachte oft mit Stolz dieser Worte. Ihre Schönheit war ihr teurer als alles andere, und wenn ein Sterblicher auf der Erde diese Schönheit einmal gering achtete, wurde sie furchtbar dafür gestraft. So erging es Antigone, einem Mädchen, das sich einmal unbedacht rühmte, es habe schöneres Haar als die Hera. Die Göttin verwandelte aus Rache die langen Locken des Mädchens in grässliche Schlangen. Andere, die gesagt hatten, ihre Gesichter seien weißer als das der Göttin Hera, wurden vom Aussatz befallen, der ihre blühenden Wangen entstellte. Hera erklärte den anderen Göttern immer wieder, sie führe eine glückliche Ehe. Schließlich war sie die Schutzgöttin der Familie, der neugeborenen Kinder, der Mädchen, die zur Ehe versprochen waren, und der verheirateten Frauen. Ihre Ehe musste beispielgebend sein. Wie sehr sie aber auch prahlte, kein Schatten trübe ihr Eheglück. Die Welt erfuhr dennoch die Wahrheit. Zeus' Liebesabenteuer waren nur allzu gut bekannt. Wer wusste nicht, dass er Hera ständig hinterging und bald Nymphen und sterbliche Mädchen bald anderen Göttinnen nachstellte. All ihre Rivalinnen verfolgte Hera mit unnachgiebigem Hass. Eines Tages soll ihr Zorn über Zeus und seine Untreue sogar so groß gewesen sein, dass sie ihn verließ und auf einer goldenen Wolke nach der Insel Euböa floh. Um seine geflohene Gattin auf den Olymp zurückzuholen, befahl Zeus seinem Sohn Hephaestos, ein Mädchen aus Holz zu schnitzen. Diese Figur hüllte er in Schleier, setzte sie neben sich in einen herrlichen goldenen Wagen und fuhr mit ihr durch ganz Hellas. Dieses Mädchen, das hier neben mir sitzt, werde ich zur Gattin nehmen, erklärte er überall. Als Hera dies erfuhr, geriet sie in maßlosen Zorn. Sie lauerte dem Wagen auf, stürzte wütend hinzu und riss die Kleider von der hölzernen Puppe. Da merkte Hera, dass Zeus sie überlistet hatte und sie versöhnte sich wieder mit ihm. Aber durch Heras Eifersucht kam es immer wieder zu lautem Streit zwischen dem Herrscherpaar. Sie schrien einander an und sagten sich harte Worte. Die anderen Götter sahen betreten, wie die Eheleute sich stritten. Zeus warf seiner Gattin vor, sie habe ihm keine Söhne geschenkt, wie er sie sich gewünscht habe. Er sei ihr nur deshalb untreu, weil er bessere Kinder haben wolle. Hera erinnerte ihn daran, dass sie auch zwei Töchter geboren habe. Eilatheia, die die Neugeborenen schützt und die anmutige Hebe, die im Olymp als Mundschenken den köstlichen Nektar ausschenkt und zugleich die Göttin der Jugend ist. Vergebens nennst du deine Tochter Hebe anmutig, erwiderte Zeus. Du vergisst, dass sie eines Tages, gerade als sie bei Tisch bediente, alle Götter zum Lachen gebracht hat, weil sie stolperte. Darum werde ich sie auch ihres Amtes entheben und an ihrer Stelle den jungen Ganymed einsetzen. Und Zeus übertrug zu Heras großem Ärger das Amt der Hebe diesem Sohn des Königs von Troja. Hera wollte sich an ihrem Gatten rächen. Die vielen Demütigungen hatten sie erbittert. Sie verschwor sich mit den Göttern Poseidon, Apollon und Athene, Zeus zu stürzen und ihn in den Tartarus zu werfen. Aber die Göttin Thetis erfuhr davon und sie rief den hundertarmigen Giganten Briareos herbei, damit er Zeus im Olymp beistehe. Der Gigant stürmte in den Himmel, schwenkte alle seine hundert Arme und stieß ein drohendes Gebrüll aus. Entsetzt ließen die Götter von ihrem Vorhaben ab, die Verschwörung war vereitelt. Zeus übte Rache und verstieß Poseidon, den Beherrscher der Meere und den Gott Apollon aus dem Olymp. Seiner Tochter Athene verzieh er, für sie hatte er schon immer eine Schwäche. Hera dagegen strafte er hart. Er fesselte sie, hängte sie am Himmelsgewölbe auf und befestigte zwei Ambosse an ihren Füßen. Nur das kniefällige Flehen aller Götter konnte Zeus bewegen, Hera zu vergeben und auch dies nur nach langer Zeit und vielen dringenden Bitten. Da endlich ließ er sich erweichen und gab die reuevolle Hera frei und auch den anderen verzieh er. Das war Hera eine Lehre. Sie wagte es in Zukunft nicht mehr, sich gegen Zeus zu erheben, selbst dann nicht, wenn es um ihren Lieblingssohn Ares ging. Bekanntlich liebte sie ja nur diesen einen von ihren beiden Söhnen. Um den lahmen Hephaestos dagegen sorgte sie sich nicht im Geringsten. Schon während der Zeit, die Hephaestos auf dem Meeresgrund bei Thetis verbrachte, hatte sich seine besondere Begabung gezeigt. In den neun Jahren seines Aufenthaltes bei Thetis hatte er für die Nymphen herrlichen Schmuck gearbeitet. Spiralenförmige Armreifen, Kleiderspangen, kostbare Ringe, Halsschmuck, Perlenketten und vieles andere mehr. Als er herangewachsen war, kehrte er in den Olymp zurück und überreichte seiner Mutter ein selbstgefertigtes Geschenk. Es war dies ein meisterhaft gearbeiteter goldener Thronsessel. Hera nahm das Geschenk hoch erfreut entgegen und setzte sich sogleich auf den Sessel, um ihn auszuprobieren. Als sie sich jedoch wieder erheben wollte, konnte sie nicht mehr loskommen. Sie klebte ganz fest am Sessel. Damit rächte sich Hephaestos an seiner Mutter Hera, die ihn nach der Geburt in die Unterwelt geworfen und dadurch einen Krüppel aus ihm gemacht hatte. Hera drohte und schrie vergebens, denn Hephaestos war gleichmütig in seine Schmiede gegangen und hatte sich dort eingeschlossen. Zornig befahl Hera ihrem Sohn Ares, gegen den lahmen Schmiedegott zu kämpfen und den Zauber zu brechen, der sie an den goldenen Thronsessel fesselte. Doch Hephaestos trat Ares auf der Schwelle seiner Schmiede entgegen und warf glühende Kohlen und Asche auf ihn, so dass der Gott des Krieges schließlich kehrtmachte und in den Olymp zurückflüchtete. Hera saß immer noch fest und klagte weiter. Ares aber stand machtlos da und sah seine Mutter betroffen an. Auch die übrigen Götter wagten es nicht, sich im Kampf mit dem Schmied zu messen, denn dieser hatte, obwohl er lahm war, viel Geschick und Mut im Kampfe bewiesen. Doch zum Glück erschien da im rechten Augenblick Dionysos, der Gott des Weines, gleichfalls ein Sohn des Zeus. Macht euch keine Sorgen, sprach Dionysos zu den Göttern. Ich bringe den Schmied schon her, denn ich kenne Mittel und Wege, die unfehlbar zum Erfolg führen. Darauf füllte der Gott Dionysos eine goldene Amphora mit Wein, begab sich zu der Schmiede in Lemnos und klopfte an die Tür. Mit freundlichen Worten grüßte er Hephaestos und bot ihm dann ein wenig Wein an. Zuerst nur ein wenig, dann etwas mehr und immer mehr und mehr, bis der Schmied ganz berauscht war und anfing zu lachen und zu scherzen. Als Dionysos sah, dass der Schmiedegott heiter gestimmt war, nahm er ihn sacht beim Arm und führte ihn in den Olymp zurück. Und Hephaestos hinkte willig mit. Hera und alle anderen Götter freuten sich, als sie die beiden herankommen sahen. Alle drängten sich herzu, den Schmied zu bitten, er solle doch die Göttin befreien und den Zauber lösen. Hephaestos aber sagte, Gut, ich lasse sie frei, weil ihr mich so sehr darum bittet. Doch sie hat mich unglücklich gemacht, als sie mich in die Unterwelt warf. Dafür muss sie den Preis zahlen, den ich fordere. Welchen Preis forderst du? Was willst du? Ich will die Göttin Aphrodite zur Frau. Was sagst du? Du erlaubst dir einen Scherz. Ich scherze ganz und gar nicht. Aphrodite fordere ich nichts sonst. Die Götter verstummten. Wie? Aphrodite, die Göttin der Schönheit und Liebe, die von allen Unsterblichen geliebt wurde? Sie sollte die Gattin des missgestalteten Hephaestos werden, der stets schmutzig und schweißüberströmt in seiner Werkstatt schuftete? Ich weiß, was ihr denkt, fuhr Hephaestos fort. Ich bin ja nur ein Krüppel. Aber wessen Schuld ist es denn, dass ich so missgestaltet bin? Meine oder die ihre? Und seine große, schwere Hand zeigte auf Zeus und Hera, die vor Scham zu Boden blickten. Aber dafür arbeite ich, redete Hephaestos mit noch lauterer Stimme weiter. Ich habe das Mädchen Pandora geschaffen, das Vater Zeus selbst bei mir bestellt hat. Ich schuf auch einen silbernen Wachhund, feuerspeiende Stiere, einen kupfernen Giganten und Waffen für euch alle. Für mich selbst habe ich zwei goldene Mädchen geschmiedet, die sich bewegen können und meinen Befehlen gehorchen, als lebten sie. Sie sind mir beim Gehen behilflich, denn ich bin ein Krüppel, das ist wahr. Hera selbst hat mich in die Tiefe geschleudert, als sie sah, dass sie einen hässlichen Sohn geboren hatte. Die Götter vernahmen solche Worte zum ersten Mal. Hephaestos aber fuhr fort. Ihr seht doch selbst, dass Arbeit und Kunst, also Schönheit, zusammengehören. Ich, den ihr alle schmäht, bin die Arbeit. Sie aber, die göttliche Aphrodite, ist die Schönheit. Sie will ich zur Frau. Und ihr werdet sie mir geben, denn sie gebührt mir allein. Wenn nicht, bleibt Hera in Ewigkeit, wo sie ist. Da erhob sich ein lautes, tosendes Stimmengewirr, Hephaestos aber stand entschlossen wie ein Fels im Sturm. Da mussten Hera und Zeus ihre Einwilligung geben. Kaum aber hatte Hephaestos die Göttin Aphrodite heimgeführt, da war der Zauber gelöst und Hera konnte sich von dem Thronsessel erheben. Der Schmied aber ging mit neuem Eifer seinem Handwerk nach. Er hatte viele Werkstätten. Eine befand sich auf der steinigen Insel Lemnos, auf die ihn Zeus einst geworfen hatte, als er sich einmal in einen Streit des Zeus mit der Heere einmischte. Hier arbeitete der Gott mit seinen Söhnen, den Kabiren und dem Zwerg Kedalion. Eine andere Werkstatt hatte er auf den Liparischen Inseln und wieder eine andere unter dem Berge Ätna. Diese beiden Schmieden waren durch einen unterirdischen Gang miteinander verbunden. Hier unter dem Vulkan Ätna lag der Gigant Tifon gefangen. Zeus hatte ihn einst im Kampfe besiegt und den Berg auf den Riesenleib getürmt. Wenn sich der Gigant unter der drückenden Last regte, dann keuchte er und aus dem Berg brachen Flammen und glühende Lava hervor. Der Schmiedegott aber hatte seinen schweren Amboss genau auf den Nacken des Giganten gestellt, damit dieser auf keinen Fall entkommen konnte. Auf diesem Amboss schmiedete er von den Zyklopen unterstützt viele Wunderdinge aus Kupfer, Gold und Silber. Die berühmteste Werkstatt des Gottes aber befand sich im Olymp selbst. Hier schmiedete er die Waffen für die Helden Achilleus und Aeneas, das Zepter Agamemnons. Hier schuf er auch die Bildwerke, mit denen der Sonnenpalast geschmückt war und vieles andere. Doch trotz all seiner Tüchtigkeit hatte Hephaestos kein Glück. Seine eigene Frau, Aphrodite, die Göttin der Schönheit, verspottete ihn. Ja, sie betrog ihn sogar mit dem Gott Ares. Hephaestos bemerkte ihre Untreue und beschloss, sie zu überführen. Er schuf ein Netz aus unsichtbaren Fäden. Dieses feine Gespinst legte er aus und gab dann vor, er wolle nach Lemnos gehen. Kaum war er fort, erschien Ares. Als er Aphrodite umarmte und küßte, schloss sich sogleich das Netz um die beiden und sie waren gefangen. Da kehrte auch Hephaestos zurück und rief die Götter und Göttinnen herbei, damit sie säen, wie ihn sein nichtswürdiger Bruder und Aphrodite betrogen. Zeus und ihr anderen Unsterblichen, kommt her und seht selbst, wie mich die beiden betrügen. Weil ich missgestaltet bin, hat sich Aphrodite mit Ares eingelassen. Freilich ist er schöner und gewandter als ich, aber er hat auch einen schlechten Charakter. Die Götter eilten alle herbei und begannen zu lachen, als sie Ares und Aphrodite wie Fische in einer Reuse zappeln sahen. Endlich, nach langer Zeit, befreite sie Hephaestos. Die Göttin floh beschämt auf die Insel Zypern und verbarg sich dort. Ares aber begab sich nach dem wilden, kalten Thrakien, um dem Spott der anderen Götter zu entgehen.